moin willkommen zu den herausforderungsportal auf dem europäischen server nummer 297 das ist das erste jetzt in der neuen season und schauen wir mal ja wie es wird baba haben wir hier sieht aus wie er ist ja der geist der erde macht der erde ist das set wir haben sprung kann innerhalb von zwei sekunden bis zu dreimal gewirkt werden bevor die abkling zeit beginnt die ludsocken wir haben die klinge der stämme kriegsschreie doof lösen erdrutsch und erdbeben aus erhöht den schaden von erdrutsch und erdbeben um 600 96 prozent ja genau der mittelfast und dann haben wir hier zur rückhaltung mit schmerzverstärker 35 drin kein krit hier haben wir den fokus drin mit juwel wirksamen giftes auf 29 auch kein krit drin dann haben wir hier auge von endlich ohne stein schlernix kette haben wir drin anwendung vom kriegsschreie hört eure bewegungsgeschwindigkeit und die euer verbündeten zehn sekunden lang um 38 prozent das ist gut und wir haben hier noch die arm schienen des ersten menschen hätte eigentlich von hammer der uhr an um 50 prozent und den schaden um 380 prozent okay dass er das hat bringt mir aber schaden erdbeben erdrutschsprung aufstampfen sperdeuhr an und seismisches schmettern um 20.000 prozent okay gutes vernichtigen es gibt es die gut kosten werden reduziert und schaden erhöht hier haben wir noch die packen pantalon ist drin und den prokring sonst hätten wir nicht den sechster bonus ja schon mal so kein begleiter bei 859 wir haben auf der rechten seite auf stampfen wir haben dann spalten und das ist der erzeuger hier haben wir den kriegsschrei dann haben wir hier drohruf dann den sprung und hier haben wir seismisches schmettern kostet gut haben wir gerade nicht dazu kommen die passiven erhöht den schaden von waffenwurf und so weiter noch hier irgendeine macht schluss auch bei fast maximale wufführung von mehr schaden und ja mit der schaden erhöht wutreger generation haben wir nicht drin mal gucken ob das schaffbar ist also ich brauche erdbeben erdrutsch sprung auf stampfen sprung haben wir hier drin auf stampfen hier ok ja abklingt zeit auch ja ich brauche auf dann zum den unten da Eigentlich denke ich, man müsste man nur rumspringen hier. Ich denke, man müsste man nur rumspringen, aber man müsste man nur rumspringen. Das geht noch nicht mehr. Das haben wir hier für die Bindung. Da haben wir hier so ein bisschen aufgeholt. Ja, sehr gut. Eile schreien, Verbindung und Eile, sehr gut. Ich brauche mehr Zeit. Nee. Hm, 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 hm. Ich denke mal, es geht hier unten weiter. Das geht noch nicht. Oh. Ach, was ist denn das hier? Da haben wir den Pack. Was haben wir hier? Macht. Wieso? 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 Wieso hat es eine gute Idee für die Bindung zu ihm? Wieso? da ist noch etwas blaues oder 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 was gelbes sogar sehr gut kriegen wir hin das ist schön jawohl ja also es ist zu schaffen auch wenn ich kein barb spieler bin habe ich hingekriegt es ist möglich also eigentlich macht man wirklich mit dem ja mit dem springen aufstampfen klar also das funktioniert okay also bei fragen sorgen nötige anträge als in die comments rein und dann bis zum nächsten mal